Was ist das Thema Radioaktive Abfälle? Da ich diesen Sommer mit meiner Lehre bei den AGRA angefangen habe und mich noch nicht mit dem Thema Radioaktive Abfälle auseinandergesetzt habe, bin ich zu dieser Ausstellung gekommen. Ich lasse mich überraschen, was heute alles auf mich zukommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich konnte mir selbst vorstellen, so viele neue Sachen an einer Ausstellung kennenzulernen. Ich fand es sehr spannend, die Bohrplätze und die Gebäude in 3D zu sehen. Mir fühlte sich, dass wir live auf den Bohrplätzen herumlaufen. Und den Film würde ich allen Personen weiterempfehlen, die Interesse haben. Vor allem der jüngeren Generationen.